Okay Diggi, haben wir jetzt alles zusammen, können wir anfangen? Nach dem kurzen Ausraster, weil fast zwei Stunden gar nichts funktioniert hat, würde ich sagen, bin ich bereit. Das ist natürlich immer so die Frage, ich sage natürlich immer, woran heißt die Lehm? Ich habe einen Fehler gemacht, ich möchte und ich werde meinen Fehler regieren. Das gibt es nicht, Deutschland ist Basketball-Basemeister. Ich lege mir jetzt mal drei Tage die Eiskunde und dann sehen wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen. Ja, hallo und Glück auf an unsere Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi, das bin ich und dem Langen. Ja, herzlich willkommen und Glück auf. Schön, dass ihr auf jeden Fall da seid. Wir würden euch gerne in der heutigen und auch ersten Folge etwas über uns und unseren Podcast eigentlich so erzählen. Vielleicht magst du einmal kurz zusammenfassen, warum wir das Projekt Podcast überhaupt gemacht haben und was ihr als unsere Zuhörer unter anderem so erwarten könnt. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Marcel oder auch der Lange. Und Diggi und ich hatten einfach das Gefühl, dass es Zeit ist für einen Podcast, der nicht nur eine Sportart in den Fokus nimmt oder sich vorwiegend um den Fußball kümmert, sondern dass wir Sportarten, die man vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm hat, einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund rückt und eine Plattform gibt und dabei auch ein paar Hidden Champions euch präsentieren und zeigen, die eigentlich unsere Nachbarn sein könnten und keiner weiß eigentlich, dass sie so erfolgreich in ihrem Sport sind, einfach weil die Plattform fehlt. Und neben dem Ganzen werden wir euch natürlich ausreichend mit Fußball-Trash-Talk aus der Kabine versorgen, weil wir beide immer noch spielen, beide immer noch aktiv sind und darüber werden wir in der nächsten Zeit immer wieder auch mal berichten. Du sagst es gerade, Kabinengeflüster und Trash-Talk, wir wollen das Ganze natürlich auf eine lockere Art und Weise rüberbringen und eine große Portion Selbstironie darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Damit ihr uns zu Anfang aber auch ein wenig kennenlernt und auch einschätzen könnt, erzählen wir erstmal etwas über unseren sportlichen Background. Ich würde uns beide so als zwei typische Kreisliga-Fußball-Kicker, wie sie im Buchestehen beschreiben, gesegnet mit wenig Talent und Ambition für höhere Ziele. Ja, die fasst jedes Wochenende für Nüsse in der C-Liga entweder auf Asche oder dem Kunstrasen Bolzen, um dann, egal ob Sieg oder Niederlage, zusammen in der Kabine zu sitzen, über das Spiel zu quatschen, dabei Musik zu hören und bei zwei, drei Bierchen viel Bullshit zu reden. Ja, mit den Referenzen ist man ja auch durchschnittlicher Bundestrainer in Deutschland und kann da vorzüglich über den laufenden Fußball diskutieren. Ja, wie Diggi schon sagt, wir sind beide Kreisfußballer, ja mit Ende 30. Ich würde sogar so weit gehen, uns als Kreisliga-Legenden zu bezeichnen. Ja, dann wären wir ja überkreislich sogar bekannt. Ja gut, kann natürlich auch sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir so weit gehen wollen, aber vielleicht haben wir ja irgendwann mal ein Hallenturnier außerhalb von Gölsekirchen gemacht. Ja, wie Diggi schon sagt, wir sind beides Kreisliga-Fußballer, mehr oder weniger. Irgendwann kommt man ja immer weiter runter, wenn man dann auch Ende 30, Anfang 40 ist, dann geht es auch gar nicht mehr für mehr. Ja, ich bin mittlerweile zum Wasserball gewechselt und bin immer nochmal hin und wieder, wenn Aushilfe gesucht wird, auf dem Platz zu finden. Aber ansonsten eher jetzt mit Badehose im Becken und fühle mich da auch ganz wohl und wurde da gut aufgenommen, obwohl ich Quereinsteiger bin und ein blutiger Anfänger zu Beginn war. Aber es macht zunehmend mehr Spaß und diese Woche ist unser Saisonstart, dann geht es los. Lange für gearbeitet und trainiert und ich freue mich schon. Also das wird, glaube ich, eine ganz gute Sache diese Woche Freitag. Ja, verrate uns doch mal, wie du eigentlich vom Fußball zum Wasserball gekommen bist. Kam das aus einer Bierlaune heraus oder war das ein verlorener Betteinsatz? Ja, so kann man es bezeichnen. Ich bin Karneval als Wasserballer gegangen. Und stand an der Straße am Kinderkarneval in Gladbeck und da hatte eigentlich meinen Söhnen geholfen, die Bonbons einzusammeln. Als sich dann jemand ansprach, der selbst zu dem Zug gehörte und mich fragte, in welchem Verein ich denn spiele. Weil die Szene ja nicht so groß ist, kennt man eigentlich jeden Klüngel, der so eine Wasserballkappe auf hat. Und ich war aber unbekannt. Quasi ein Hinten-Champion. Genau, und so kamen wir ins Gespräch und ich sagte, du, ich spiele ja gar nicht, ich würde aber mal probieren. Und ja, da hat er seinen anderen Mannschaftskollegen zu uns gerufen, der unser Wasserballwart ist. Er ist hauptruflich Verkäufer und hat es geschafft, mir in zwei Minuten dann das Probetraining auf dem Dienstag darauf aufzuschwatzen. Und so war ich zwei Tage später im Wasser und mich hat es gepackt. Ich bin zwar erst fast ertrunken, aber es hat dann einfach Spaß gemacht. Es ist ähnlich wie der Fußball. Die Grundparameter stimmen. Teamsport, du kannst alles geben und du trinkst ein Bierchen danach. Und dann sind ja bei mir schon drei Dinge gegeben, die so einen geilen Sport ausmachen. Also ich muss dazugeben, dass das Einzige, was mich sportlich mit Wasser verbindet, ja, entweder irgendwie der Spring aus größerer Höhe ist oder ich mir ein paar Fische mit einem Schnorchel und einer Taucherbrille irgendwie anschaue. Denn, ja, wenn es wirklich darum geht, auch nur ansatzweise mal mehr als 20 Meter schwimmen zu müssen, muss ich zugeben, da hört es bei mir total auf. Da bin ich eher platt und habe da gar keinen Spaß. Aber dann hast du in der ersten Zeit wahrscheinlich auch den übelsten Muskelkater gehabt, oder? Ja, ja, also an Stellen, die ich so noch nicht kannte. Selbst Stellen, die man vermeintlich im Fitnessstudio trainiert hätte, die haben sich dann doch anders angefühlt. Ja, also es war schon was ganz Neues, aber zeigt, dass man auch im fortgeschrittenen Alter auch nochmal mit neuen Dingen beginnen kann. Und das macht auch, macht es ja aus und ist also eigentlich mit einem Grund auch hier für den Podcast, weil ich darüber ja auch gemerkt habe, wie geil andere Sportarten sein können, die man bis dato noch gar nicht so richtig, ja, auf dem Schirm hatte, sich mit auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten Folgen immer mehr Sportarten auch dazu bekommen, ja, wo wir Einblicke bekommen und die dann total reizvoll werden. Also wir werden die jetzt nicht mehr anfangen, so verrückt sind wir nicht mehr. Aber ja, wir werden natürlich dann Einblicke bekommen in den Trainingsalltag, wie man sich auf Wettkämpfe, Spiele etc. vorbereitet und was so das Coole an demjenigen Sport ist, den die Leute machen. Wie läuft das bei euch Schwimmern so nach dem Spiel in der Kabine ab? Kann man sich das wie bei uns in der Kabine vorstellen, mit zwei, drei Bierchen, Musik an und ein bisschen Blödsinn reden? Oder wie läuft es da? Und wie trinkfest seid ihr da? Ja, also unser Verein, der SV 13, ich konnte schon ganz gut feiern und wir haben ein sehr, sehr gutes Vereinsheim. Also dort findet man uns dann in Kürze wieder. Ist aber nicht wie beim Fußball, dass man so lange in der Kabine sitzt, sondern eher sich schnell fertig macht und dann im Vereinsheim zusammenkommt. Ist dann doch noch ein bisschen anders. Ja, aber Digi, jetzt ausreichend zu mir und zu meinem Start. Willst du nochmal die Hörer reinholen, was nächste Zeit so zu erwarten ist, in welcher Abfolge wir das machen wollen, wen wir hier auch erwarten können und was unsere Schwerpunkte vielleicht auch sagen? Also Namen kann ich jetzt noch nicht raushauen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir in Gesprächen sind mit American Football Spielern oder Trainern, auch aus dem Raum Kirchen, die Devils, die sollte man glaube ich schon kennen. Wir werden auf jeden Fall Billard-Profis hören. Ich bin im Kontakt mit einem ehemaligen Arbeitskollege, der auch Nationalspieler im Federfußball auch war oder noch ist, weiß ich gar nicht so genau. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was wir da zu hören bekommen. Wir werden aus der Gegend auch noch, glaube ich, viele Handballer zu hören bekommen. Ja, ist auf jeden Fall einiges im Petto und mal abgesehen von den Gästen, die wir da haben, haben wir natürlich auch noch sehr viel Content, den wir euch bereitstellen wollen, über das wir auf jeden Fall quatschen wollen. Von daher könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Genau, alle zwei Wochen wollen wir euch was auf die Ohren geben und mit neuen Sportarten, Sportnews, mal was Lokales, mal etwas, was durch die ganz normalen Gazetten geht und worüber wir natürlich auch sprechen. Wir haben ja euch versprochen, dass auch ausreichend Kabinentalk dabei ist. Auch wir unterhalten uns natürlich über das tägliche Sportgeschehen. So sieht es aus. Ich meine, was man auch schon mal anteasern kann, ist tatsächlich so Themen wie Mannschaftsfahrten und da kann ich auch schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir sind in zwei Wochen, glaube ich, anderthalb Wochen, fahren wir gemeinsam nach Willingen und ich glaube, das eine oder andere Gespräch werden wir vielleicht auch aufnehmen, natürlich gefiltert. Ja, natürlich mit Filter. Ja, du weißt, was im Willingen passiert, das bleibt im Willingen. Damit ihr uns aber auch etwas kennenlernt und auch einschätzen könnt, haben wir uns jeweils fünf Fragen für den anderen ausgedacht, die wir dann abwechselnd beantworten müssten. Kommen wir nun zur ersten Frage. Es wird sehr kulinarisch. Isst du die Frikadelle eher mit Senf oder Ketchup? Ja, doch eher mit Senf. Also Ketchup auf Pommes und Senf auf die Frikadelle. Ja, ich oute mich jetzt mal. Für mich schmeckt die Frikadelle am besten, wenn Ketchup und Senf drauf ist. Aber das ist aber nicht nur bei der Frikadelle so. Bei der Bratwurst muss es genauso sein. Ja. Wird nur komisch, wenn du die Pommes jetzt auch mit Senf isst. Nee, nee, die esse ich tatsächlich am liebsten mit Mayo oder nee, stopp, gar nicht wahr, mit Juppi-Soße. Hast du die schon mal gegessen? Ja, klar. Ja. Oder halt als Spezial auch wie in Holland mit Zwiebeln, Curry-Soße und Mayo. Ich bin so ein Soßen-Mensch. Da muss alles richtig schwimmen in der Tunke oder in der Matsche. Das sieht man dir nicht an. Ich bin aktuell noch nicht so außer Form. Aber ja, ich gebe dir recht, ich muss da mal aufpassen. Dann kommen wir doch zur nächsten Frage. Du kommst ja gerade aus den Flitterwochen wieder. Ist ja klar, dass du da noch in Shape bist. In den Flitterwochen habe ich aber auch zwei, drei Kilo zugenommen. Ja, jeden Tag Cocktails und leckeres Essen mit wenig Sport. Dann passiert sowas halt. Gut, nächste Frage. 0,5er oder 0,33er-Flaschen? 0,5er. Ich habe doch so große Hände. Da sehen die Kleinen immer wie ein Pikolöchen aus. Von daher 0,5. Ja, deswegen trinke ich 0,33er mit meinen kleinen Händchen. Sehr gut. Ja, wenn du jetzt noch, ich meine, du spielst ja ab und zu noch aktiv Fußball, aber deine bevorzugte Position eher Abwehrkette oder dann doch die 6er-Position, wo du auch schon mal ausgeholfen hast? Mittlerweile die Abwehr. Dadurch, dass ich ja gar nicht mehr so in Form bin, ist die 6 ziemlich, ziemlich anstrengend geworden. Und ja, manchmal hast du ja Gegner, da spielen dann so 20, 22-Jährige. Die können zwar in der Liga nicht sonderlich gut mit dem Ball umgehen, aber die können schnell rennen. Das fällt mir dann doch schwer. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Und zwar, Ski-Meinschoner oder Badekappe? Ja, Badekappe. Ich habe mich ja vor einigen Monaten fest dafür entschieden und die Badekappe, die ist es jetzt. Da kann man dich auch nicht überzeugen, wieder regelmäßiger Fußball zu spielen? Ja, versucht unser Trainer ja jeden Freitag mit seiner Abfrage per WhatsApp, ob ich Zeit habe. Und Samstag dann nochmal. Nee, das ist ja die Badekappe jetzt. Ja, du gehörst zu den Spielern, die jeden jedes Wochenende mal enttäuschen, ne? Okay. Genau. Ich weiß es ja sehr zu schätzen, dass ich immer noch angerufen werde. Aber nee, reicht nicht mehr. Ja, dann ist es halt so. So, kommen wir zur letzten Frage. Und zwar, andere Sportarten und eher auch nicht auf dem Fußballplatz oder im Badebecken. Double-In oder Schock-Aus? Schock-Aus. Double-In ist fürchterlich. Ich spiele ja gerne Darts und ich glaube, dass ich mich da auch hier und da mal sehen lassen kann und in der Kneipe vielleicht auch ein Bierchen gewinnen würde. Aber Double-In ist fürchterlich. Also wenn man da nicht sofort den Einstieg schafft, geht man eigentlich schon richtig, richtig schlecht in dieses Spiel hinein. Und bei Schock-Aus ist ja das Schöne, meistens trinken dann die anderen. Ja, richtig. Wenn man Schock-Aus macht, ne? Genau. Oder man bekommt ein Bier, je nachdem, worum man gespielt hat. Ja, Diggi, dann bleiben wir aber noch ganz kurz bei den Getränken, weil ich ja jetzt dran bin. Ich bin gespannt. Und zwar, ja, was Leckeres. Uso oder Raki? Eieiei, mit der Frage hast du mich. Uso ist bei, ist mein Endgegner, muss ich sagen. Ich vertrag Uso nicht so gut. Ich habe das eine oder andere böse Erlebnis mit Uso gehabt, obwohl ich tatsächlich Uso sehr gerne mag. Ich mag Anis und es gibt ja noch ein paar andere Getränke, Sambuca zum Beispiel, den mag ich auch sehr gerne. Aber ich vertrag das Zeug nicht so. Und ich muss sagen, dass Raki tatsächlich von dem Zeug mir am wenigsten schmeckt, obwohl es, wie gesagt, alles Anis ist. Von daher bevorzuge ich auf jeden Fall Uso mit dem Wissen, ich werde den Abend nicht gut überstehen. Ja, dann trifft sich ja, dass wir in aller Regelmäßigkeit beim Griechen kegeln. So sieht es aus, ja. Okay, dann Pommes oder Currywurst? Da nehme ich auf jeden Fall, wenn ich die Wahl habe, die Currywurst. Ich mag beides sehr gerne, allerdings sättigt mich insgesamt die Currywurst, wobei eine Currywurst macht auch nicht wirklich satt. Aber letztendlich hat eine Currywurst ein paar mehr Geschmacksexplosionen, mehr als ein paar Pommes. Beides in Verbindung, natürlich top. Aber ja, wenn ich wählen müsste, dann auf jeden Fall die Currywurst. Und da bleibt auch keine Soße übrig. Okay, also weil, wenn man jetzt dann noch im Anschluss gefragt hätte, ob die Soße oder die Wurst wichtiger ist, dann wahrscheinlich die Soße. Ja, letztendlich bei einer guten Soße, die übertünscht natürlich den Wurstgeschmack sowieso. Von daher, also bei einer richtig guten Soße, da ist es mir auch egal, ob ich eine Geflügelwurst oder eine Schweinewurst habe. Das ist dann schon fast egal. Oder ein Schaschlik. Das geht natürlich auch. Also ich kenne Leute, die legen da Wert drauf, dass die Wurst sehr gut schmeckt. So, nächste Frage. Barfuß oder Sneaker? Prinzipiell bin ich ein Sneaker-Fan. Ich laufe sehr gerne in Sneaker, wobei es hängt natürlich immer von Ort ab. Wenn ich jetzt im Urlaub am Strand bin oder am Meer, da trage ich natürlich keine Sneaker. Dann natürlich Barfuß oder eher Flipflops. Und im Skiurlaub? Im Skiurlaub bin ich, oh, war ich schon lange nicht mehr. Aber da würde ich weder noch sagen. Wobei ich muss sagen, letztes Jahr waren wir, genau wie jedes Jahr und bald auch wieder, haben wir ja gerade schon gesagt, in Willing. Und es kann immer mal sein, dass da auch gut Schnee liegt. Und mit viel Pech ist man halt mit Sneaker unterwegs und muss dann halt auch den Berg zu Sigis Hütte, heißt der Laden, ne? Ja, ja. Da muss man schon mal mit Sneakern und ganz dünn Söckchen mal nach oben durch den Schnee wandern, ne? Aber Sneakers immer noch prinzipiell, auf jeden Fall vor Barfuß. Okay, dann bleiben wir bei der Kleidung. Zu enge Hose oder zu enges T-Shirt? Fragst du mich das aus einem ganz speziellen Grund oder? Ja, du hast ja gesagt, deine Körperformation ist noch gut, noch? Nein, gut auch nicht mehr, würde ich sagen. Das ist im Bereich einer Schulnote 3, würde ich sagen. Aber letztendlich würde ich auf jeden Fall die zu enge Hose nehmen. Denn bei einem, ja, unpassenden Körperform, wenn mal wieder mehr drauf ist, dann ist ein zu enges T-Shirt, ja, sieht nicht gut aus, ne? Der Dirk Bach aus Horst. Deswegen habe ich auch für jedes Körpergewicht, was ich habe, auch unterschiedliche T-Shirts. Oh. Ist schon soweit, ja. Genau, mehrere Fächer. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Immer Kragenweite 42. Ich glaube schon seit 15 Jahren. Wellness oder Wellnesswochenende mit der Frau oder Mannschaftsfahrt? Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Meine Frau weiß, dass ich den Podcast mache, von da wird sie wahrscheinlich auch mal reinhören. Ich gehe aber dann mal davon aus, dass sie schon nach den ersten 10 Minuten aufgehört hat, zuzuhören. Von da sage ich jetzt ganz klar Mannschaftsfahrt. Wir können Italien ans Ende schneiden. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, die wir uns gegenseitig stellen können, die dürfen netter oder auch mal fieser sein, dann schickt uns die einfach. Und dann nehmen wir die hier mit auf. Ich glaube, das bringt uns beide, euch noch ein bisschen näher. Und lockert es auf. Gut, Diggi. Aktuelles, ihr habt gespielt am Wochenende, 5-1 gewonnen. Ja. Wie kann man es einordnen? In der Liga ist ja ein 5-1 nicht immer aussagefähig. Ja, von da, also du sagst es eigentlich gerade schon richtig und vor allen Dingen haben wir gegen den Zweit- oder Vorletzten gespielt. Von da ist das 5-1 jetzt auch kein besonderes Highlight. In der Kreisliga C oder B, da hat man eigentlich täglich solche Ergebnisse. Ich sag mal, in Normalform, jetzt ohne die Mannschaft schlecht zu reden, hätte man die Truppe zweistellig vom Platz jagen müssen. Aber ja, auch wir sind nicht mehr ganz so in Form. Wir hatten ja eingangs schon mal gesagt, dass die Truppe, mit der wir zusammenspielen, ja, ich sag mal, ich glaube, unser Durchschnittsalter liegt da inzwischen mittlerweile bei 40 oder über 40. Und die Gegner werden auch immer jünger tatsächlich. Wir sind die einzigen, die älter werden vom Gefühl und auch schwerer. Von daher sind die Ergebnisse von Jahr zu Jahr, wenn sie auch immer knapper, muss man sagen. Nee, also diese Saison haben wir keine gute Saison bis jetzt gespielt. Und ich hoffe mal, dass wir dann zum Beginn der Rückrunde so ein bisschen auf Punktejagd gehen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Gegner oben wieder ein bisschen ärgern können. Ja, man ist ja auch schon mit minus drei Punkten reingestartet wegen der letzten Saison. Da ist ja die Mannschaftsfahrt Pfingsten gewesen und dann waren ja alle weg. Mit der neuen Regelung startet man dann ja mit Minuspunkten, wenn man das Spiel nicht antritt. Und das ist natürlich bitter, dann wäre man jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Plätze weiter oben, wenn ich mich richtig entsinne. Aber ja, wie du sagst, kann ja nicht der Anspruch sein. Nee, ist kein Maßstab, absolut nicht. Jo, und du bist wieder im Planschbecken, ne? Genau, diese Woche ist Saisonstart. Wir haben ja die zweite Mannschaft gegründet. Der VfL Gladbeck hat die Wasserballmannschaft in diesem Jahr nicht gestellt, hat teilweise zur Gelsenkirchener Mannschaft gegangen und ein kleinerer Teil ist zu uns gekommen. Wir sind da froh um jeden, der uns unterstützt. Und ja, dann haben wir die kritische Masse erreicht und uns dazu entschlossen, eine zweite Mannschaft zu gründen. Die spielt jetzt dann außer Konkurrenz, so sagt man es. Und müssen uns da auch sicherlich erstmal finden und werden da auch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, ganz klar. Aber der Spaß steht da im Vordergrund und ich glaube, dass da auch so mit der Zeit auch ein bisschen Entwicklung reinkommt. Und dass auch ein guter Start ist für die Jugendspieler, die jetzt in den nächsten Jahren dann auch hochkommen werden. Das heißt, du spielst auch in der zweiten Mannschaft, oder? Genau. Okay. Aber noch Motivation, in die erste Mal zu kommen? Wenn die mal wenig Leute haben, dann rutscht man da ja automatisch rein. Wir trainieren ja auch zusammen. Also wir haben da nicht diese klare Aufteilung. Es gibt ein paar Leute, die pendeln nur zwischen den Mannschaften oder haben auch die Power in beiden zu spielen, wenn mal Spiele kurz hintereinander sind. Wir haben aber auch so einen Einstamm, der für die zweite, Einstamm für die erste vorgesehen ist. Und erstmal ist für mich Erfahrung sammeln, ein bisschen zocken, Spaß haben und reinkommen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und nach der ersten Saison können wir uns nochmal sprechen, ob da nochmal mehr drin ist. Aber erstmal, auch im Wasser werde ich nicht jünger. Von daher warten wir es mal ab. Ja, Digi, abseits von mir, aktuelles so aus der Sportwelt, diese Woche, ja gestern in Frankfurt, die NFL hat mal wieder Halt gemacht. Zwei Jungs aus unserer Mannschaft, sprich aus der Fußballmannschaft, sind ja auch dort gewesen. Drei sogar. Drei sogar, okay. Ja. Hast du es verfolgt? Guckst dir das an? Ich muss zugeben, ich habe, oder sagen wir mal andersrum, ich will unbedingt irgendwie zu meinem Racken-Football finden. Ich habe da Bock drauf irgendwie. Vor allen Dingen auch, wenn im Februar ist das ja, glaube ich, immer der Superbowl ist. Nur ich verstehe die Regeln aktuell nicht. Ich gucke es mir an und frage mich, ja, weil es ja alles sehr taktisch geprägt ist. Und ich bin da noch nicht drin, nicht so wirklich. Ja, ich habe in letzter Zeit auch mal ein bisschen mehr verfolgt. Oftmals gucke ich mir auch eher die Zusammenfassung an als das ganze Spiel. Oder wenn es mal sonntags läuft, ja, dann schaut man da mal rein, wenn man gerade die Zeit findet. Bin auch keiner, der dafür bisher wach bleiben würde. Aber interessant ist es ja schon. Also allein diese Schnellkraft, diese Power, die da aufeinandertrifft und auch die Taktik, das finde ich schon hochinteressant. Aber wie du sagst, das ist kein Sport, wo du dich mal eben so reinfindest. Du guckst es dreimal und hast alle Regeln durchgeblickt, ist schon dann auch nochmal ganz anders. Von da habe ich auch gespannt. Auf unseren nächsten Podcast mit Gast, wo wir dann jemanden aus dem Football hier haben werden, der uns da mal aufschlaut und mal reinholt und uns das eigentlich alles mit sich bringt. Und auch überzeugt, Football-Fan oder selbst vielleicht sogar Spieler zu werden. Ich glaube, die Jungs, die sind wahrscheinlich auch immer froh, wenn sie ein paar Neuzugänge haben. Ja, wenn du noch ein paar Currywürste mit Joppisauce isst, dann passt du da bestimmt demnächst auch in die Kleidung rein. Willst du gerade sagen, dass alle Football-Spieler ein bisschen mehr auf den Rippen haben? Nein, nein. Aber ich kann mir dich da ganz gut vorstellen. Ja gut, alles klar. Aber du warst gestern auch noch unterwegs. Ich glaube, das hatten wir auch schon gepostet in Bonn. Ja, genau. Also ich bin ja ein Basketball-Fan. Weil ich aber nicht alle Abos haben kann, habe ich bisher eher so die NBA verfolgt in den letzten Jahren und bin aber letztes Jahr zur EM gereist nach Köln, zusammen mit meinem großen Sohn und haben uns da das Spiel Deutschland gegen Litauen angeguckt. Und anschließend hat noch Bosnien gegen Slowenien gespielt mit Luka Doncic. War phänomenal. Hat uns riesig gut gefallen. Ich glaube mal, jeder hat auch dieses Jahr die Weltmeisterschaft im Basketball verfolgt. Absolut phänomenal. Super Team-Spirit. Sehr, sehr guter Basketball, den man da auch gesehen hat. Und ja, dann ist auch für uns ein bisschen mehr die BBL in den Fokus gerückt. Und jetzt hast du ja hin und wieder mal die Möglichkeit, auch Spiele im Free-TV oder so zu sehen. Oder ich glaube, bei BILD.de kannst du was verfolgen. Und jetzt haben wir uns gestern Bonn gegen Bayern angeguckt. Bayern war mit voller Kapelle da. Also alle Weltmeister waren dabei. Und auch Serge Ibaka. Serge Ibaka, ja langjähriger NBA-Spieler. Äußerst erfolgreich. Und das war dann schon eine super, super Stimmung im Stadion. Die Führung wechselte regelmäßig. Das zweite Drittel hat Bonn komplett verpennt. Da dachte man schon so kurz in der Halle, wer weiß, wie wir da auch jetzt weiterkommen. Und ja, man freut sich natürlich nie über Verletzungen. Aber Andi Obst und Isaac Bonga konnten beide zweite Halbzeit nicht spielen. Isaac Bonga ist schon, glaube ich, nach vier, fünf Minuten vom Feld gegangen. Beide verletzt. Sehr, sehr schade. Weil man die dann ja doch schon auch gerne zocken sehen möchte. Und wenn man gewinnt, dann ja auch immer gegen die Besten. Aber die sind dann runter. Und ja, dann hat Bonn das ganze Ding ja nochmal gedreht. Erst bis zur Overtime gebracht. Fast in regulärer Spielzeit gewonnen. Und dann letztendlich dann in der Overtime. Und das war schon, also da war dann ein Hexenkessel. Kann man nicht anders sagen. War eine tolle Stimmung. Ausverkauftes Haus. Bisschen mehr als 6.000 Leute im Telekom-Dome am Hartberg. Und das war richtig cool. Also kann ich nur jedem empfehlen. Geht da mal hin. Schaut euch das an. Wirklich cool. Super Stimmung. Ja, sehr gut. Gut. Ich würde auch sagen, dass es das für die erste Folge, glaube ich, auch schon war und auch reicht. Die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch nochmal sehr interessant. Wie zu Anfang erwähnt, werden wir ganz viele Gäste da haben. Wir werden auf jeden Fall auch Folgen haben, wo wir weiterhin alleine quatschen werden. Aber gebt uns doch gerne Feedback auf Instagram, in den Kommentaren. Schreibt gerne mal rein, was euch gefallen hat, was nicht. Und nochmal zur Erinnerung, wenn ihr Fragen habt, von denen ihr meint, die müssen wir uns gegenseitig mal stellen, schreibt uns dann doch gerne eine Direktnachricht. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und falls ihr auch selber noch Themen habt oder Sportler oder selbst Sportler seid, in einem Bereich, den man so nicht auf dem Schirm hat und von dem ihr meint, darüber müsste man so ein bisschen erzählen, schreibt uns gerne an und wir berichten gerne auch darüber. Genau. Und vielleicht auch ein kurzes Update dann halt, wie es weitergeht. Also wir hatten uns vorgenommen, alle zwei Wochen halt den Podcast zu bringen. Ich glaube, wir haben demnächst die Ausnahmesituation. Du fliegst nochmal in den Urlaub für eine Woche, sodass wir vielleicht nicht ganz genau die zwei Wochen erhalten, sondern ein bisschen eher rauskommen mit dem ersten und den anderen einen Tick später rausbringen, den dritten Podcast, wenn ich so richtig liege. Von daher nagelt uns nicht auf den Tag genau auf zwei Wochen fest. Am besten ihr abonniert den Podcast, dann kriegt ihr direkt die Info, wenn der nächste wieder online ist, aber auch über die Social Media Kanäle werden wir das Ganze natürlich dann auch veröffentlichen und euch mitteilen, wann es wieder weitergeht. Okay, das war es dann auch schon von uns. Wir hoffen, dass euch die erste Folge gefallen hat und wünschen euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr jetzt gerade auch tatsächlich zuhört und sagen bis bald. Bis dann.